So, gar nicht lang um den heißen Brei herumreden, Breeze-App öffnen, in die Option Podcasts gehen, links einmal die Satz einstellen für den obergeilen Boost und rechts davon minütlich bezahlen oder spenden. Und dann abfeuern. Oh, jetzt läuft es nochmal. Ja, man kann es ja nicht oft genug sagen. Und damit herzlich willkommen zu 21.